Man muss immer bei den Menschen bleiben und die Menschen versuchen mit einer Vorsichtigkeit und einer Nachsicht in den Glauben hinein zu treiben. In Wirklichkeit ist es schon schwer, einen Lebensgenuss aufzunehmen, wenn einem das Sparen so in das Fleisch und in das Blut übergegangen ist. Oder auch alles mit einer solchen Leichtigkeit rutscht heutzutage mit der Liebe. Also bei dir weiß ich wirklich nicht reden, aber du hast immer nur einen Sense. Und einen Scheißhaufen im Reben. Immer tust du alle kritisieren, alle Menschen. Du siehst ihr Katzleben auch. Du bist ja eine Hure, du bist eine hitlerische Nazihure. Aua! Jetzt vertragen wir uns aber wieder. Jetzt muss wieder eine nächsten Liebe aufgebaut werden. Lasst uns den ganzen Lebensschmutz vergessen. Lasst uns ein bisschen fröhlich sein. Der Herrmann ist im Wirtshaus. Deine Tochter in Australien und der Maribel geht sowieso nicht. Der Herrmann ist im Wirtshaus. Der Herrmann ist im Wirtshaus. Die Feier sind im Wirtshaus.